Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein American Cheesecake. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Als erstes gebt ihr die Butterkekse in einen Mixer und zerkleinert sie. Gebt sie dann in eine Schüssel und vermischt sie mit der geschmolzenen Butter. Danach nehmt ihr euch eine mit Backpapier ausgelegte Form, verteilt die Kekskrümel darin, drückt sie gut fest und stellt sie in den Kühlschrank. Dann gebt ihr den Frischkäse zusammen mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt in eine Schüssel und rührt sie gut durch bis sich der Zucker aufgelöst hat. Nun kommen dann nach und nach die Eier dazu. Anschließend mischt ihr die Speisestärke mit dem Salz und vermischt sie ebenfalls mit dem Frischkäse. Zum Schluss kommen nun noch die saure Sahne und der Zitronensaft dazu und dann wird alles gut cremig gerührt. Wenn ihr das habt, nehmt ihr eure Form aus dem Kühlschrank und verteilt die Creme gleichmäßig darauf. Rüttelt die Form vorsichtig hin und her, damit sich die Creme schön glatt zieht. Dann nehmt ihr euch noch etwas Alufolie und wickelt die Form damit ein. Jetzt kann der Kuchen dann bei 175 Grad für ca. 60 Minuten in den Ofen. Stellt eure Form in ein etwas höheres Backblech und gebt so viel Wasser dazu, bis die Form etwa 2 cm mit Wasser bedeckt ist. Im Anschluss lasst ihr ihn bei geöffneter Tür etwa eine Stunde auskühlen, bevor ihr ihn aus dem Ofen nehmt. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, schneidet ihr das überschüssige Backpapier ab, bedeckt ihn mit Frischhaltefolie und gebt ihn für ein paar Stunden in den Kühlschrank, bevor ihr ihn anschneidet. Nachdem der Kuchen dann gut durchgekühlt ist, könnt ihr ihn aus der Form nehmen und genießen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen, hoffe euch hat das Video gefallen und würde sagen, wir sehen uns dann zu einem neuen Video ganz bald wieder. Bis dann! Bis dann!